Na gut, das ist interessant, wo es jetzt hingeht. Ah, super. Wieder in den Altar der Rituale. Aber er weiß genau, was er nun zu tun hat. Viele Leben wurden ausgelöscht, nachdem viele Leben ausgelöscht wurden. Nach der Ankunft des Stammes der Dunkelheit hat er keine Zeit zu verlieren. Naja. Tja, der Altar der Rituale. Kennen wir ja schon. Den Dungeon. Leider. Der Altar der Rituale. Wird das schönstehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 das kann funktionieren man sieht ja wie viel die normalen angewischt ziehen also sagen wir es mal so ist ein tolles game muss ich sagen aber ich glaube wenn man verlassen weiß nicht schaffen werde ich weil ich schlecht bin sondern wir gucken uns mal die anderen beiden charaktere noch an und dann war es das dann eigentlich auch schon für dieses projekt weil ich glaube nicht dass wir es schaffen werden leider weil es halt sehr sehr schwer auch ist ja und wir halt nur begrenzt viel continuous haben man kann ich kann ich verteidigen heute nur ganz gerne die beiden charaktere mal ausprobieren ich bin ganz ehrlich ich hätte hätte es gern mit das jetzt gern durchgespielt die schnell das gefällt mir echt das gruselhaus als erstes interessant ich guck nur kurz ob das wieder das gleiche ist einige tage später erreichten die tragischen neuigkeiten des königreichs basel die kathedraler der papst und ein pontifex sprechen miteinander ich hörte der dämon sei auch verstanden wir sollten etwas dagegen tun wir sollten bewaffnete mönche anbustern eine tochter des pontifex rennt neugierig aus dem dom interessant ja guck mal mit dir gerade ein bisschen das geisterhaus weil ich glaube bad wird einfach übel zu langsam sein zwar stark aber zu langsam die schnell das gefällt mir übel ja guck mal mit dir ja guck mal mit dir ja guck mal mit dir da das gut vielleicht muss man auch einfach nur mit dem charakter mal ausprobieren ja schon mal also wir werden mal dieses das erste level werden wir mal durchspielen finde ich also ausprobieren wenn wir echt ziemlich gut durchkommen vielleicht werden wir dann weiter mit der mit ihr spielen aber ich finde es eigentlich ganz cool dass ja die charaktere alle so eine andere route haben es gibt dann so einen kleinen widerspiel wert wobei sich eigentlich nicht viel tut der text ja von dem level ändert sich so ist halt anders na aber das war es dann eigentlich auch schon naja der rotz ist übel nervig aber er kommt ziemlich gut weiter nice ja die schnell das gefällt mir ich mag mag es wenn charaktere schnell sind wie gesagt die valkyre war auch ziemlich cool mit der habe ich das spiel auch schon fast durchgespielt da kam halt der boss wasch modus und da musste man halt noch mal gegen alle kämpfen das war dann halt hatte ich nicht mehr genügend continuous weil einige bosse sind echt übel auch übel nervig also ja ich bin ja ich bin schon mal ich finde es halt schade mit dem mit dem nicht blocken ich würde gern blocken es Tja, tausendmal einfacher Als noch mit dem Zauberer Naja Zauberer 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 Ich möchte alles mit eigenen Augen sehen Mit dieser Überlegung machte sie sich auf zu den Ruinen Das Labyrinth des Altertums Also es gibt eine Methode Ich glaube nicht Jetzt klopft das, gucken wir mal Ach, wo er Tate Gucken wir mal Also im Grunde Ich starte mal kurz Ich bleibe sie neu Ich bleibe sie neu Gucken wir mal Ich kann jetzt aber nicht versichern, dass ich das sehr gut hinkriege So, nicht hier, sondern jetzt beim nächsten bei PCW Ich nutze jetzt die L1-Taste Und geschafft Und dann muss ich den rechten Analogstick nach rechts rotieren lassen So, dann haben wir volle Attacke zum Beispiel Dann haben wir ein Duell Dann müssten wir alle Charaktere haben Ja, sind alles, alle Bosse Plus die Charaktere Wie man freischalten kann Wie man freischalten kann Ist schon nett Ist schon nett Ja So Volle Attacke war jetzt Wenn wir volle Attacke machen, dann haben wir sogar noch ein sechster Charakter Und hier Charakter Genau, dann haben wir gray, Bart, Raybrand, Tina Dann haben wir Iria Die Valkyra Und dann noch Alicia Gefallene Enge Ich fühl mal mit ihr Sie hat ja alles voll Sie hat ja alles voll Da ist Feier ich gerade Ja Ist jetzt Ist jetzt nicht Äh Die feine Art Einfach einen Cheese zu aktivieren Aber Ach, why not Spielen wir einfach mal aus Just for fun Ich will sie mal ausprobieren Vielleicht ist sie Äh, vielleicht ist sie ja Äh, auch ziemlich gut Ich will sie mal ausprobieren Genau, und in voller Antacke können wir auch mit jedem Charakter spielen. Das hat halt auch so ein kleiner Vorteil. So, Burg der Unsterblichen. Ja, es gibt jetzt halt nur kein Story Mode. Aber man spielt halt die ganzen Levels durch. Kann es aber sein, dass die der Endboss ist, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Das Siegel wurde gebrochen. Guck, jetzt nehmen wir sogar den unteren Weg. Mit dem anderen Charakter, mit dem Gray, hatten wir den oberen gehabt. Das finde ich wiederum ganz cool, dass man einfach mit den verschiedensten Charakteren dann auch verschiedene Wege gehen könnte. Also um Iria freizuschalten, muss man das Spiel einfach nur durchspielen. Also wie gesagt, an sich finde ich das Spiel echt mega geil. Nur, das ist ein bisschen blöd halt einfach vom Schwierigkeitsgrad erstmal. Finde ich jetzt blöd. Finde ich damit. ja sie ist halt nicht unsterblich so aber der gleiche zwischen boss nur epischer eintritt keine chance ich komme nicht mal zum aufstehen danke dafür penner ich hab mir warten müssen ja leute so sieht es aus ja wir gucken mal wir spielen jetzt noch so lange bis wir noch den anderen was mir gefällt sie hat eine schöne reichweite mit ihrer waffe weil die halt so lang ist das ist echt cool ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, was du verdient, du scheiß Penner, ey Oh, was du verdient, du scheiß Penner, ey Das war's für heute. Das ist schön, dass das Siegel gebrochen wurde. So, dann klatschen wir jetzt gerade noch die... Ja, Eiskönigin kann man ja im Grunde sagen. Ist sie ja... ...und ich glaube, das ist ein paar Worte. Tch, Tch, Tch. Das war's für heute. Ha! Noch besiegt. Bevor ich draufgehe. Ha! In den nächsten Level. In den nächsten Level. Das Geisterhaus, ja schön. Nur her damit. Mit dem blöden Geisterhaus. Das 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 Geisterhaus. oder wir spielen das spiel durch wieso auch nicht im grunde macht es mir spaß muss es ja nicht ist ein cooles game im 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 Was ist das? Was ist denn eigentlich auf dem Cover drauf? Der Zauberer ist drauf. Die Brüsterin. Ja gut, alle vier Charaktere sind hier drauf. Aber der Zauberer ist natürlich am größten. Interessant. Ich habe mit dem Zauberer als erstes gespielt, weil ich dachte, vielleicht kann er irgendwelche geilen Fernattacken. Die uns das Leben erleichtern. Ja, war jetzt nicht so ganz erfolgreich mit dieser These. Ach, die Schnellen kommen ja jetzt, ne? Ja. Die Schnellen. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 So, jetzt kommt erstmal wieder der Boss Klar, Power hat die Merkt man ja auch Dass die Power hat So, nächster So, nächster So, jetzt zurück So, jetzt Animal Das war's für heute. Das war's für heute. Ne, zum Boss haben wir noch nicht. Leider noch nicht. Das wär schön. Na gucken wir mal. Vielleicht schaffen wir's mit diesem Charakter auch das Spiel durchzukriegen. Das wär natürlich geil. Ja. Ist halt nur keine Story, aber denkt euch die Story einfach da. Ich mein, der Zauberer war irgendwie ganz böse oder so. Ich glaub, sowas in der Art war das gewesen. Das war's für heute. Ich mein, der Zauberer war irgendwie Ich mein, der Zauberer war irgendwie das war der Zauberer. Bruder, ihr geht mir ja richtig derbe auf den Sack, ey. Na gut, ich meine, es ist geil Ja, wenn ich ohne Continue Durchgehe Das wäre natürlich Fantastisch Ja, Iria würde ich ganz gerne einmal ausprobieren Aber ich glaube Ich werde früher oder später Früh genug einmal drauf gehen Dass ihr die auf jeden Fall Kennenlernen werdet Na gut Im Grunde Ja, ich war mir jetzt nicht sicher Ich wollte vorsichtiger abwarten Rang A Schön Versuche einen höheren Schwierigkeitsgrad Hä? Ach, als ob ich jetzt leicht hatte Hatte ich leicht? Ja Ach, Mist Ja, wahrscheinlich Hatte ich gleich drin Ja, scheiße Sorry Der Story-Modus werden wir Nur die vier Charaktere haben Ne, beziehungsweise Iria müsste es auch sein Genau, Iria Ja Ich meine, Iria ist auch ziemlich gut Hm Ja Ja gut Das kotzt mich jetzt so ein klein bisschen an Mist Also Bock habe ich jetzt eigentlich nicht Das nochmal zu machen Komm, wir spielen gerade mal was anderes Eventuell werde ich später nochmal Das nochmal machen Dass ihr das dann sehen könnt In der richtigen In der richtigen Reihenfolge So Das war es jetzt erstmal von Rage and Blades Da wird auf jeden Fall noch was kommen Wir werden es auch noch Auf jeden Fall nochmal versuchen Alles klar, Leute Bis Bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020